Einen wunderschönen Sers und Hallo heute. Ich bin in Hamburg, wie auch gestern schon, und habe ein paar Leute getroffen und laufe jetzt hier so ein bisschen durch die Stadt, immer in treuer Begleitung meines Rollkoffers. Und jetzt bin ich hier gerade auf der schönen Mönckebergstraße. Mönckeberg. Jetzt haben wir schon, was haben wir denn, Viertel nach vier und wenn ich jetzt nicht bald anfange, dann ist es dunkel. Aber vielleicht ist es ja auch für euch ein nettes Nette, sich das Ganze im Dunkeln mal anzuschauen. Also mitkommen. Achtung, Aufmerksamkeit, schaut euch mal den Laden an. Hüring & Co. Wahnsinn. Schusswaffen und wilde Eber. Auf geht's, was essen. Ah, Vapiano. Gut gegessen und so schnell kann es gehen. Ich bin schon wieder zurück in Essen. Es tut mir leid, ich habe echt nicht mehr viel geschafft von Hamburg, weil ich, ja, letzten Endes heute gar nicht selber so viel von Hamburg gesehen habe, sondern es einfach so ein bisschen in mich aufgesogen habe, weil echt Hamburg so meine Stadt ist. Und ich glaube, da wird man mich auch, oh Gott, Vorsicht, wird man mich auch irgendwann in Zukunft mal antreffen dann, Hamburg, meistens. Von daher, also, ich bin wieder zurückgelassen. Hier, äh, Grillo, Theater, wenn ich das richtig sehe. Und, äh, jetzt geht's nach Hause. Und, ähm, wie gesagt, sorry, dass ich nichts von der Job zeigen konnte, aber ich war sowieso nicht bei der Job, von daher, äh, hätten sie mich wahrscheinlich auch gar nicht reingelassen. Die wissen ja nicht mal, wer ich bin. So, also, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao.